Am Vormittag des 1. März übergab der Rat in Scheidt-Schwerin auf dem Marktplatz ein Bürgerbegehren an den Stadtpräsidenten Sebastian Ehlers. Auf diesem unterschrieben ganze 5.313 Schweriner Bürger und Bürgerinnen. Unter dem Motto, einfach und sicher durch die Stadt, fordert der Rat in Scheidt-Schwerin den besseren und sichereren Ausbau der Fahrradwege in der Landeshauptstadt. Laut der Sprecherin der Initiative, Madleen Kröner, werden viele Fahrradfahrer abgeschreckt von der bestehenden Fahrradwegsinfrastruktur. Gucken Sie sich mal um, wie das aussieht. Die Stadt ist zugestellt mit Autos. Ich denke, der Platz gehört einfach nicht nur dem Auto, der gehört allen. Und wenn wir ein paar Autos rausräumen, haben wir auch genug Platz für vernünftige Radwege. Und wir haben ganz deutlich gemerkt, die Leute wollen Radfahren. Es gibt viele Leute, die sagen, ich habe ein Fahrrad, das schnalle ich mir aufs Auto, fahre vor die Stadt und dann geht's los. Ich fahre nicht in dieser Stadt. Also das muss eine Stadtvertretung einfach auch ernst nehmen. Wir haben heute die Unterschriften hier entgegengenommen. Das zeigt ja, dass das Thema den Menschen sehr wichtig ist. Und in den letzten Jahren ist da, glaube ich, schon eine Menge passiert. Aus Sicht der Initiatoren noch nicht genug und darüber wird jetzt zu reden sein. Es gab ja zum Beispiel in der Stadtvertretung jetzt auch die Initiative gegeben, den Neumüder Berg dort sicherer zu machen, den Weg in die Stadt rein. Also es ist so, immer mehr Menschen nutzen das Fahrrad und dazu gehören natürlich am Ende auch sichere Radwege. Mit der Initiative sollen nicht nur die Fahrradwege ausgebaut werden, sondern im Gleichschritt auch ein Schritt in Richtung klimaneutrale Schwerin gemacht werden. Der Rat in Scheid Schwerin ist inzwischen ein fester Bestandteil der Schweriner Klima-Allianz und will mithelfen, die Klimaziele der Stadt Schwerin zu erreichen. Diese hat als Oberziel, bis 2050 CO2-neutral zu sein.